Guten Tag, das ist hart, denn der Guzua ist am Start. Yeah, den musste ich einfach jetzt mal bringen. So, und ist mir natürlich gerade auch erst eingefallen. So, wir haben unsere Armee wieder umgestellt und zwar seht ihr, ta 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 ta, ein Mauerbrecher zu viel. Aber egal und außerdem auch ein paar Heiler zu wenig. Egal, kriegen wir hin. Sollte makeable sein. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui und heilern dann eher nicht so gut das heißt also wäre schon cool ein townhall neuner zu erwischen aber wir schauen mal was geht, oh loot ist ja jetzt nun mal gar nicht so toll und ich bin auch noch nicht so weit oben dass ich sagen könnte okay der bonus loot der reißt es dann noch raus weil das ist hier eher noch alles ein bisschen so ein zwischending also klar du freust dich gut okay wenn kalt gemacht hast sage ich mal dass es halt noch ein bisschen zusätzlich bonus gibt aber ist jetzt nicht so dass du sagst gut okay ich mache den nur kalt weil ich den liga bonus will so zweieinhalb Ja das ist gar nicht so verkehrt inferno auch am basteln beide am basteln das ist geil das wollen wir sehen dann lass uns da mal kurz reingehen so king kann auch eigentlich komplett rein wir können mal gucken was hier die die magie ja so machen und dann könnten wir mal die walküren rein setzen mal gucken was war hier mit dem mal gucken was war einer cb hat schade natürlich natürlich auf jeden fall schade ach so ja ich habe die ich habe die mauerbrecher total vercheckt ja da war ich ein bisschen hier haben wir noch mal ein beben rauf Achso sehe ich das richtig dass die komp ane ok ja genau queen du machst es natürlich genau queen und hier habt ihr jetzt auch wieder die geragten Valkyren Aber die queen hat sich ja echt das ding des tages erlaubt ey Das ist ja wohl mal total daneben gewesen aber ok So ja ja gut dann haben die mauerbrecher jetzt wenigstens die falle ausgelöst das ist auch nicht so verkehrt und gucken wir mal was hier geht Ach komm dann machen wir die hier hin wir können die nämlich wieder raus laufen Ey aber ich muss jetzt sagen so verkehrt läuft das hier gar nicht für mich Könnten den rage noch wir könnten da noch ragen Aber wir lassen das mal Lassen Ach kock kock genau kock vor allen dingen kack kock ist dann was anderes Yo dunkles wird eingesammelt ich bin dabei cooles ding Luftfeger zersplasht Ah schade ich wollte nicht schon gerade sagen läuft ja ganz gut hier mit meinen heilern Aber ich muss auch dazu sagen klar ich meine der hatte jetzt wirklich beide infernos im bau Besser konnte es für mich nicht laufen aber Ich bin wieder da würde ich sagen queen walker am start Sehr geiles ding und guck mal wie krass doch wirklich die skelette da rein ballern Die darf man halt echt nicht vernachlässigen Alter queen das was du am anfang schlecht gemacht hast das reißt du hier echt noch raus Weil am anfang wirklich schön an der mauer gestanden oh ja ich probiere hier mal was Hat natürlich nicht geklappt war mauer und queen ist ja mal so eine sache Ja genau bei den bauhütten noch und dann eventuell das lager noch das sollte passen läuft bei mir Läuft mal richtig würde ich sagen Ganz ehrlich Bin ich zufrieden Was Das entscheidet ihr was das war also ich würde mal sagen ein daumen nach oben oder also Ganz nett wie gesagt leichte base klar Aber für den ersten angriff seit wirklich irgendwie Drei wochen bestimmt Ist das eigentlich gar nicht so eine schlechte nummer Queen lebt weiter passt den müsste ich glatt mal Den müssen wir ja mal hier Wird nicht großartig drum herum gezählt erzählt hier läuft und fertig dann ist das okay So da bin ich wieder bin jetzt einfach mal in den one million loot clan reingesprungen kurz Eine millionen für den guso grüß an kodi ja lampu kein thema kriegen wir hin Dann grüßen wir den kodi Ah genau wolltet ihr nicht zusammen irgendwie in klaren machen da war doch irgendwas Kodi ist kannst du mal runter schreiben wenn ihr den klaren am start habt und wenn das läuft dann Könnt ihr das gerne ging glaube ich irgendwie um cw Üben und sowas glaube ich bin ich der meinung wie gesagt schreibt einfach unter also guckt da einfach in die kommentare rein Wenn der kodi da was gepostet haben sollte Ansonsten natürlich hier schön min und sammler voll Ich würde mal fast sagen da war der boost schon aus klar weil sonst hätte man es ja gesehen Und der war dann halt eben in dem moment inaktiv ist natürlich dann eine geile geschichte kann man richtig schön weg rotzen Und guck mal schön mit barge einfach mal mehr als ich gerade mit dem schönen queen walk da gemacht Läuft auf jeden fall obwohl ich muss dazu sagen bei mir gab es ja noch ein bisschen bonus von daher läuft es ungefähr aufs gleiche raus Passt aber auf jeden fall Das ist lustig das ist schön das wollen wir alle sehen Hat es schon ziemlich geil ich meine wenn man dann wirklich an eine mille rankommt ist schon ziemlich nice dann Freut sich der gegner nicht unbedingt würde ich sagen ach ich sehe gerade expo war auch leer Also dann war er wohl schon ein bisschen länger offline Läuft Easy junge easy das ist cool mal wieder valkyren bin ich richtig richtig gespannt drauf Ja earthquake und valkyren habe ich ja selber gesehen gerade läuft halt echt mega Ja da hast du den sprung ein bisschen verpasst würde ich sagen aber wir werden gleich Wieder ordentlich Was sehen denke ich mal so jetzt gucken wir mal Geht knallt rage und das ist so krank wie die Abraiser und guckt doch guckt euch das bitte mal an Zack 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 BÄM Waren die einfach mal beim rathaus haben das rathaus gekillt und Wir haben jetzt noch richtig schön die möglichkeit die queen räumt hinten noch auf Das passt auf jeden fall Und Guckt mal man denkt oh ja okay hier natürlich der nachteil klar golem kommt gar nicht so schnell hinterher weil die valkyren ja doch schon ein bisschen schneller sind auf jeden fall aber Ist halt mega ist halt einfach Richtig richtig geil Alter wie du aufräumst Junge Ah jetzt hier ja genau jetzt geht der golem wieder schön Das ist gut dass der bogeyturm da so ein bisschen außer außer gefecht gesetzt Ja wenigstens noch die riesenbombe weggenommen ganz genau wenn ich eh abkratze nehme ich wenigstens noch die bombe mit Also läuft Geil Golem split auf jeden fall nice wäre aber auch egal gewesen Weil die queen wäre von dem magiaturm nicht wirklich Irgendwie ja begeistert gewesen die hätte sich davon nichts anmerken lassen Ja wieder mal ein fliegender golem Golem hit springtrap Und dann passt das Die 100 werden es nicht mehr Doch Krasses pferd Junge Geiles ding 7 pokale definitiv Berechtigt gewonnen Hier haben wir einen angriff noch mal vom auswahlschef 87 Ich würde sagen Hashtag luck Ein komplett inaktiver Also wirklich Infernus leer was natürlich so Eine sache sehen wir wir sehen die adler artillerie die ist noch Noch am start Würde aber denken dass die nicht mehr lange am start ist Wir sehen aber auch das ist auch ein bisschen komisch da muss die wirklich Von unten immer angegriffen worden sein weil der expo ist auch noch da also wirklich das ist immer dieses wichtige Was ich auch ja immer mehr sehe sage ich mal doch mal noch mal genauer hingucken Wo ist da doch noch was weil hier sehen wir nämlich auch der ist auch noch ein bisschen was geladen Und von daher Schauen wir mal aber das sollte eine richtig nice nummer werden Ich denke mal fokus wäre bei mir Auf jeden fall Dass ich sage ich greife in dem bereich der adler artillerie an also sprich Von unten kommend dass man hier gleich noch den loot mitnimmt klar aber von unten Rein dass man gleich die adler artillerie rausknallt besonders er ist ja halt level beziehungsweise Rathaus technisch noch nicht so weit Der auswahlchef Deswegen muss man gucken was da geht Okay So jetzt denke ich mal Gucken wir mal wie es mit den nächsten truppen aussieht dann müsste ganz genau da ist die Adler artillerie und visiert natürlich schön den golem an der kriegt jetzt gleich richtig auf die schnauze Bam kaputt ist er auf jeden fall klar dreifacher schaden Und ich denke mal du kriegst jetzt mit den Alter hast du den helden kaputt gekloppt Weil ich dachte mir Alter guck mal wie viele valkyren schon sind Alter verwalt her Aber Wegen Ich hätte nämlich gedacht dass der Dass der king hier der 40er king noch mehr deft Alter hast du dem den po aufgerissen Cooles ding auf jeden fall Richtig richtig cooles ding Ja gut die queen hat noch überlebt und das ist das ding was hier richtig zählt Da gibt noch mal richtig loot Da gibt es noch mal richtig loot Richtig geil Alter Junge Ja und dann muss man gucken wo man den lucky noch setzen kann Hier theoretisch Na da musst du mit dem bogen noch weitermachen Gute frage alter wo droppst du den lucky Weil da übrigens auch gar nichts Bin ich ja fast ein bisschen gespannt Doch noch hier von der zeit her oder Ja genau Ganz genau dass du von der zeit her das wenigstens noch weg ballerst Richtig cool Geil gemacht Wären Klar die helden sind natürlich in dem bereich denn so hoch Ich sehe gerade townhold wurde nicht mal komplett zersplashed Aber Richtig Geiler loot So soll das sein und dafür ist der clan halt immer wieder da Wo ich sage genau So ein zeug wollen wir alle sehen Er nennt sich leichte beute Ja hat er auch leichte beute würde ich sagen Schön hier Mit queen walk rangegangen Mal gucken Die andere queen geht definitiv down Klar Und Dann kriegst du hier jetzt aber probleme Ganz genau Zwei bogeytürme Und jetzt gucken wir mal Wenn nämlich noch die gegnerische queen Tackled Ganz genau Dann Exakt Vollkommen richtig gemacht Aber da ist halt wirklich immer dieses problem Zwei bogeytürme Und dann die gegnerische queen Auch wenn sie erst auf 5 ist Sieht man dann aber Da passiert viel Hier muss man aufpassen Mit Den heilern Dass die halt nicht sich komplett auf einen helden Dann ganz genau Das ist jetzt nämlich das problem Die Konzentrieren sich in dem fall Auf die queen Was in dem fall gar nichts bringt Weil wir wieder mehr als 4 heiler auf der queen haben Und der king Ja Der wird nicht unterstützt Don't support the king Ja So sieht's aus Aber der hat hier richtig was gebracht Dass der nämlich Die queen Ins mittelfeld gebracht hat Das hier ist pille palle Zwei ganz normale Expose hier Da passiert gar nichts Aber wir haben halt schon Die queen geraged Also die ability gezündet Jetzt müssen wir gucken Damit kommt sie klar Das passt Jetzt aber ein rage Ich hätte gleich geraged Genau Zack Weg das ding Die queen soll hochgeheilt werden Und soll sich da auch nicht Wer weiß wie lange aufhalten Mit ganz genau Richtig Zack Zwei teslas wieder Ich würde mal sagen Da ist gleich ende Da wird nicht mehr viel passieren Aber trotzdem Von innen sozusagen Klar gibt's da auch noch Bessere aufräume Auf jeden fall Aber da ist dir dann wohl Die zeit leider Abhandengekommen Oder hast du auf Nee Auf Im gold 2 Gibt man nicht auf So Jetzt hier haben wir Vom rockstar Einen angriff Da bin ich richtig gespannt drauf Jede menge riesen Walküren Rage Und heal Mal schauen Was hier geht Der riese geht Einmal rundherum Und der loot Ist mega Klar Ich konzentriere mich Jetzt hier einfach mal Wirklich ganz frecherweise Auf die eine ecke Dass man es halt auch Einfach ein bisschen Besser sieht Weil sonst ist es ein bisschen Doof Gucken wir mal hier Ah jetzt oben Gehen die Walküren los Richtig fresh Alter Wie die durchrennen Junge Ich meine klar Es kostet natürlich auch dunkles Also man kann jetzt nicht sagen Total günstig Oder sowas Nein also Aber Sie sind mittlerweile Ihr dunkles Elix wert Auf jeden fall Richtig schön Hier mit dem King Und von der Seite Da machst du mit den anderen Walküren Nochmal richtig schönen Tanz Und dann läuft das auch Ah ne okay Die schickst du da rein Warum Hier ist doch nichts mehr Hier Junge hier Aber Nicht weiter wild Alter Klar Das wird noch geknackt Mit den Walküren zusammen Bam Junge Schön Hast du mal schön Lootfähig gespielt Ja Einwandfrei Hier Alter Wir haben eine Million Über eine Million Richtig nice Richtig nice Also der Loot ist echt schon Richtig Richtig Sick Aber ich glaube Der Auswahlchef Hat hier Echt mal was gefunden Wieder So jetzt hat er Jetzt hat er natürlich Ein bisschen schwierig So kann ich noch gucken Ach ja wo kommt er denn Kriegen wir das hin Und fertig Gleich King rauf Und die Queen Tacklet auch gleich Megamäßig gut ab Hier Rage Und dann Muss ich mal gucken Wann der Heal kommt Da bin ich mal richtig Gespannt Ah ok Ja ok Du hast dir gesagt Gut ok Komm Der Townhall soll Down gehen Weil ansonsten Wären hier Truppentechnisch Ja nicht viel Gewesen Da wären Da sind ja hier viel Mehr Also beziehungsweise Unten viel mehr Walküren lang Gerannt Schade dass die Queen Innen reingerannt ist Weil das ist ihr Tod Garantiert jetzt Die wäre draußen Natürlich viel besser Aufgehoben gewesen Hätte sie noch schön Den Loot Train Weiterführen können Hier Obwohl die hat auch noch Ihre Ability Aber gegen die drei Teslas Wird es dann auch schwierig Ganz klar Da ist dann Ja zack Da sieht man hier gleich Und das ist erst eine Musste gleich zünden Und dann Ist das Ding hier auch Gerissen Aber Richtig Fett Abgelootet Läuft Junge Läuft Geiles Teil Und dann halt Wie gesagt Einfach nochmal der Bonus Klar Ey das ist natürlich Ne die kriegst du nicht mehr Nein Ne ne brauchen wir nicht drüber Klar Ein netter Versuch Ist es Aber es ist eine 10er Mauer Das wird leider nichts Das ist klar Aber richtig Richtig Geiler Loot Auf jeden Fall So hier haben wir Einen Angriff von The King Würde man jetzt Erstmal denken Okay Klassische Go Wipe Aber Würde ich mal sagen Go Go Wavi Oder Go Viva Wie man es dann auch nennt Aber im Normalfall Go Wavi Bin ich der Meinung Nennt man es Aber in dem Fall Finde ich ja Also wenn man Wenn man die jetzt droppt Je nachdem wie man die droppt Finde ich wäre es gar nicht so verkehrt Wenn man sagen würde In dem Fall jetzt zum Beispiel Go Viva Weil ich halt die Wizards Vor den Valkyren gedroppt hat Aber Ich weiß nicht Gibt es da noch einen Unterschied Also vom Nennen her Weil Das würde mich auch mal interessieren Haut mal raus Was ihr davon haltet Beziehungsweise wie ihr das seht Wie die offizielle Aussage ist Und so weiter und so fort Weil Für mich wäre es theoretisch Jetzt Go Viva Weil Wizards Vor den Valkyries Aber Ich denke mal Das wird einfach auch Go Wavi Heißen Und fertig Geil der Rage Gewesen Richtig cool Damit komplett Alles weggenommen Und Dann Ist das richtig Schick gelaufen Würde ich sagen Komplett Aufgeräumt Ja Naja bei so vielen Valkyren Die halt wirklich noch da sind Da Knallen die halt Einfach mal alles weg Queenwalk Bin ich gespannt Bin ich richtig gespannt Boah alter Was habt ihr für Base Layouts Von den Gegnern Beziehungsweise einfach So dead bases Ist ja richtig krank Ey So viel Glück Hätte ich auch gern mal Du hast es geschafft Noch keinen einzigen Tropfen Elix Und auch noch Kein bisschen Gold zu bekommen Innerhalb der ersten 30 Sekunden Hoffen wir Dass sich das ändert So jetzt kommt Hier eine 40er Queen Die Garantiert Richtig schön Rasiert Reichen 4 Heiler Reichen 4 Heiler Gar kein Thema Vollkommen richtig Gemacht Reichen Definitiv Kriegst du Die Base Gerockt Passt Weil So viel Ist halt Nicht mehr da Wir haben die Infernos Weg Wir haben die Expose Weg Da ist nichts mehr So jetzt ist hier der Warden Im Ja Im Death Mode Von oben Mit dem King Lassen wir mal so ein bisschen Offen hier So jetzt kämpft sich die Queen Hier rein Und oben wird mal richtig schön Loot gemacht Ganz genau Der Warden ist weg Der Death Warden Wir haben die Rage Spells Wir haben noch ein Heal Und Ja Ich würde auch sagen Ich würde auch sagen Im Inneren ist ja eh nichts Was jetzt noch Deathen kann Ich würde auch sagen Jetzt komplett von der rechten Seite Nicht extra von der linken kommen Sondern komplett von der rechten Seite Die restlichen Truppen noch Rausballern Und fertig So würde ich es machen Ich würde jetzt auf Auf Schnelligkeit Weil halt die Helden noch da sind Dass es halt ohne Probleme geht Dass einem die Zeit nicht wegrennt Weil wir haben nur noch eine Minute Okay du bist dann von Okay bist von der anderen Seite gekommen Wie gesagt ich wäre Von von rechts gekommen Aber Soll jetzt nicht wer da will sein Weil ich denke mal Der Loot gibt dir recht Gucken wir mal Aber es wäre glaube ich Gar nicht so verkehrt gewesen Von der anderen Seite auch noch Hier hast du dein Warden noch Queen hält locker durch Wie sagte ich ja Das ist gar kein Thema Doch das passt Das passt Zack zack Ja ganz knapp Läuft Richtig Richtig Geil Hier auch wieder KVK Hat Ich mach es mal einfach Schneller Weil es halt Jetzt nicht der Mega Fight ist Aber weil es halt Einfach wirklich Mega Loot ist Also wirklich Da habt ihr echt Richtig Richtig was wegbekommen Also ich dachte ja Ich wäre schon Ich hätte schon Glück gehabt Sag ich mal Aber da läuft es ja Bei euch hier auch Richtig mega Also mit so Ein Base Designs hier Richtig schön Gegner mit Loot Ich meine der ist nicht mal Irgendwie wer weiß wie Inaktiv das glaube ich Gar nicht mal Der hat es halt einfach Wirklich vergessen Die abzusammeln Aber ihr seht es ja Die Lager sind ja Noch ordentlich Gefüllt Oh schade Da hätte ich mir mehr Erhofft Da hätte ich mir mehr Erhofft Na da Da reißt du jetzt Auch nichts mehr Da ist Äh Jaja Schade Da hätte mehr gehen können Aber Ist natürlich Trotzdem Nicht Nicht verkehrt Auf jeden Fall Gönsiguso Schreibt Sarah Einen kleinen Barge Fight Wie die Ameisen Zack 50% Ja wie gesagt Wäre eh egal gewesen In Gold 1 Aber Nett Loot auf jeden Fall Passt Nimmt man auf jeden Fall mit Master Ivan Haut raus In Kampf Unfähig Auch nicht schlecht Der Name Einfach nur Innen drinnen Links Rechts Jeweils Ein Riese Okay Ich hätte es ganz anders Gemacht Ich wäre Einfach erstmal unten Alles fertig Wir haben jetzt Viel zu risky Gewesen Ich hätte Ich hätte wirklich Unten Vielleicht sogar Zwei Obwohl So viel Dev Gebäude Sind Unten Nicht Nein Links und rechts Ein Riesel Und dann Schön Hintendran Die Bogies Dass man hier alles Clearen kann Wir rennen Jetzt alle Schön Genau Und dann geht es Jetzt gleich Ab nach links Turn left Guck mal Jetzt Jetzt kommt Loot Weil ansonsten Muss man echt Sagen Da ist noch Nicht viel Passiert Und wenn dir Jetzt nämlich Die bogies Abgehen Dass du die bogies Nicht mehr halten Kannst Glück gehabt Hier ist Jetzt wirklich Dass die Riesen Das halt Wirklich Komplett Deffen Dass die Tank Spielen Weil ansonsten Hättest du echt Ein Problem Weil ich Sehe Das hier Noch ein Bisschen Eng Doch Die Dev Ist noch Schnell 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 Dass das Zeug Hier weg Kommt Weil ich Sehe Die Hier Noch Nicht Ja Genau Ganz genau Und jetzt Hast du das Problem Die Riesen Würden Dann Die Dev Noch Kaputt Machen Wollen Und das Schaffst Du Nicht Dir rennt Die Zeit Davon Du kannst Klar Mit dem King Kannst Noch Was Reißen Hier Aber Die Hier Sind Definitiv Nicht Drinnen Ja Vollkommen In Ordnung Richtig Geiler Loot Auf jeden Fall Nächstes Mal Von Unten Richtig Richtig Geiler Loot Star Wars Haut Nochmal Raus Den Hat Wir Ja Gerade Schon Mal Den Star Wars Hier Lager Halbwegs Voll Und Minionsammler Richtig Schön Voll Auch Wieder Von Unten Eventuell Ja Ja Genau Genau Und Dann Schön Barge Rein Weil Da Unten Wirklich Richtig Viel Los Ist Ganz Klar Und Im besten Fall Halt Hier Noch Schön Den Bauch Der Base Öffnen Und Dann Richtig Rein Rennen Und Die Lager Noch Mitnehmen Cooles Ding Aber Du hattest Sogar Drei Earthquake Noch Bei Ah Schade Da hättest Du Noch Dir Selber Ein Bisschen Helfen Können Da Hättest Du Noch Ein Bisschen Zeit Gespart Ah Okay Hast du Okay Hast du Dafür Dann Verwendet Dass du Sagst Okay Minion Sammler Wenigstens Hier Noch Weg Earthquaked Und Dann Passt Das Schade Die Letzten Beiden Hättest Noch Rauswerfen Können Hättest Noch Hier Schön Ein Bisschen Mehr Loot Aber Einfach Also Super Geil Richtig Richtig Cool Heisenberg Haut Raus Ja Habt ihr gesehen Auf der einen Stelle Ist mit Dem Mauerbrecher Nix Geworden Und auf der Anderen Hat es Dann Geklappt Jo Passt Ich gehe mal ein bisschen Auf die Hox Zum gucken Dass die auch Richtig springen Hier Die Mäuschen Und die Magier Räumen Natürlich Mega Auf Klar Schöne Sechser Magier Da Oh Richtig Cool Dass der Heel Da war Da sind die Wieder Richtig Schön Fresh Dabei Golem Zieht Auch Richtig Schön Und Sobald Ihr seht Es Wieder Sobald Der Golem Natürlich Aufs Rathaus Geht Wissen Wir Alle Dev Gebäude Fertig Klar Also Können Wir Uns Jetzt Schön Mit Dem Ende Der Base Beschäftigen Geiler Loot Und geiler Fight Alter Der Auswahl Schiff Der haut Hier raus Jetzt Alter Ich will Auch Solche Gegner Haben Junge Ah ok Dass man Dass man Dann Besser Rank Oder Was Dass Die Nicht Außen Rum Gehen Oder Einfach Nur Langeweile Gehabt Oder Weil Der Earthquake War Ja Jetzt Nicht Nötig Weil Es Ist Ja Inaktiv Definitiv Oh Ja Wir Sehen Eine Walküren Schlange Oh Richtig Nice Vom Layout Her Wie Mein Erster CW Angriff So Und Jetzt Natürlich Also Klar Erstmal Rathaus Weggenascht Dass Man Da Erstmal Wirklich Safe Seine Seine Points Mit Bei Hat Und Dann Wirklich Gucken Die Walküren Können Hier Definitiv Noch Richtig Was Reißen Würde Ich Sagen Es Sind Noch Vier Stück Die Gehen Richtig Los Queen Is Down Genau Na Hier Hier Ist Ein Ende Hier Ist Ein Ende Da Gegen Die 10er Mauer Stinken Die Dann Auch Ab Das Da Ist Die Menge Halter Nicht Mehr So Krass Dass Man Sagen Könnte Hier Kommen Wir Machen Noch Was Wir Haben Aber Noch Ein Boogie Unten Lucky Gucken Wo es Halt Geht Klar Hier Ist Dann Unnötig Und Dann Wirklich Noch Das Letzte Bisschen Raus Gequetscht Aus Der Base Passt Auf Jeden Fall Mega Nice Hier Haben Wir Noch Mal Richtig Richtig Fetten Loot Vom Göbek Kardes Ich Hoffe Es Richtig Ausgesprochen Schön Außenrum Innen Lagern Ist Halt Nicht Viel Deswegen Wirklich Einfach Nur Auf Draußen Konzentrieren Und Richtig Schön Abfarmen Die Ganze Kiste 600 1000 Alter Was Kriegt Ihr Für Loot Ich Bin In Der Fucking Falschen Liga Ich Muss Runter Gehen Das War Es Erstmal Für Dieses Video Ich Hoffe Ihr Hat Spaß Haut Mal Bitte Rein Ciao Ciao